Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtour mit Paul. Ich hoffe euch geht's allen gut und heute wollen wir mal unsere fleißigsten Kommentatoren, die immer unsere Videos kommentieren, grüßen. Das werde nicht ich übernehmen, sondern das Laberhündchen. Laberhündchen, du hast das Wort. Als erstes grüße ich den Serratus-Fan Timo, der fast alle Videos von uns kommentiert. Auch ganz fleißig ist meine Playmobil-Welt, die auch schon richtig viele Videos kommentiert hat. Crossmo war einer unserer allerersten Abonnenten und schaut immer noch fleißig unsere Videos. Außerdem grüße ich Cara Heumann, die dem Polizeipferd den Namen Honig gegeben hat. Außerdem den Leon, dem unser Klipperherz super gefällt. Und die Anna Lindner, der unsere Playmobil-Auspack-Videos gefallen. Außerdem grüßen wir die Saskia, der das Puppenhaus gut gefällt. Sandra Ludwig guckt auch schon ganz lange unsere Videos. Grüße an dich und den Hüschtag, der in unsere Playmobil-Filme gefallen. Das war's für heute. Wenn ihr in dem nächsten Video auch gegrüßt haben wollt, dann schreibt doch einfach unter dieses Video oder unter unsere anderen Videos einen Kommentar. Und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Mal auch dabei. Bis zur nächsten Folge. Euer Christian von Paul. Tschüssi.